Herzlich willkommen bei Blockchain, Video Blockchain News, heute mit den Neuigkeiten am 16.07.2017. Ja und damit herzlich willkommen zur ersten News-Ausgabe. Ich werde versuchen, so zwei, dreimal in der Woche immer mal ein paar aktuelle Themen anzusprechen. Und das Thema heute sind natürlich die fallenden Kurse bei gerade allen Kryptowährungen. Und wir schauen uns das direkt mal an. Und das sind die Kurse aktuell jetzt um 20 nach 12 am 16.07.2017. Und ihr seht, dass im Prinzip alle Cryptocurrencies, alle Coins verloren haben, mehr oder weniger stark. Bitcoin minus 7,4% in den letzten 24 Stunden. Ether minus 20% fast. Auch Ripple fast minus 20%, so bei 19. Am wenigsten betroffen ist noch Litecoin mit minus 4%. Das ist noch einigermaßen stabil. Und was ist der Grund dafür? Am 1.8. steht tatsächlich ein großes Update bei Bitcoin an. Das heißt, es wird eine neue Softwareversion aufgespielt. Und man weiß einfach noch nicht genau, ob sich alle Miner, also alle Computer, die in dem Netzwerk quasi zusammengeschlossen sind, ob die sich daran halten, dieses Update einzuspielen. Und ob es nicht sein kann, dass sich Bitcoin tatsächlich aufteilt in zwei oder sogar mehr Kryptowährungen. Und weil man das einfach nicht weiß, weil man nicht weiß, ob der Kurs dann schnell sich erholt, ob er stabil bleibt oder ob er weiter runter geht. Deswegen gibt es eben momentan eine etwas höhere Verunsicherung am Markt und deswegen sinken die Kurse gerade. Ja, was macht man da am besten? Die allgemeine Empfehlung lautet tatsächlich abwarten. Wir wissen nicht, wie sich das Update vom 1.8. auswirken wird. Auch nicht, wie schnell es sich auswirken wird. Und deswegen sollte man um den 1.8. herum möglichst nicht traden. Wenn ihr investiert seid, also wenn ihr schon Bitcoin irgendwo habt, dann solltet ihr auch diese von einer Börse, wo das möglicherweise noch herumliegt, euer Bitcoin, solltet ihr auf ein eigenes Wallet transferieren, zu dem ihr den privaten Schlüssel auch besitzt. Also auch das ist wichtig, dass ihr im Zweifel selber Zugriff darauf habt. Am einfachsten ist das mit einer Paper Wallet natürlich, wo ihr sowohl die Adresse als auch den Schlüssel besitzt. Und dann einfach den 1.8. abwarten und dann mal 2-3 Wochen später wieder reinschauen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja, das soll es in aller Kürze schon gewesen sein. Wie gesagt, am 1.8. steht ein Update an. Bis dahin einfach abwarten, nicht viel traden. Ich persönlich erwarte, dass die Kurse sich nochmal kurz erholen werden, bevor es am 1.8. wahrscheinlich dann wieder runter geht. Das ist keine definitive Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Das ist einfach tatsächlich nur mein Bauchgefühl, wie ich das gerade im Moment einschätze. Wie gesagt, wenn ihr investiert seid, dann schafft eure Kryptowährung auf ein eigenes Wallet, wo ihr den Schlüssel für habt und wartet einfach den 1.8. ab. Ich denke, dass ich das eigentlich innerhalb der ersten 2-3 Wochen im August dann wieder normalisieren und erholen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Themen ich behandeln soll hier in den News. Wie gesagt, heute mal für einen ersten Start ganz kurz einfach nur in die Kurse reingeschaut. Wenn euch das gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.